Bist du eben eingetroffen durch diesen Sturm? Bin ich. Nenn uns deinen Namen. Leif. Leif Eriksson. Wo kommst du her? Rhönland. Ich bin Harald Sigurdsson. Wieso bist du in Kattegat? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Der ganze Norden ist bedroht. Durch den englischen König. Ich will sehen, ob dieser Kampf meiner ist. Und wie hast du dich entschieden? Die Wikinger bereiten sich auf eine Invasion vor. Welche Absichten verfolgst du dann? Kämpfen. Was hat dieser Grönländer? Vielleicht sein Mut. Das ist nicht der Grund, weshalb wir hier sind. Für ihn schon. Du bist weit weg von zu Hause, Freydis. Ich bin auf einer Mission, um meine Vorsehung zu erfahren. Bilde sie aus. Wiederholen wir das. Öffnet die Tore. Ihr seid hier. Für eure Familien. Für eure Ehre. Lösen. Ihr seid außerdem hier. Weil ihr Wikinger seid. WDR 2. 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 Untertitelung des ZDF, 2020